Hallo Leute, was geht ab? Ich bin euer Zei, deshalb willkommen zu einem neuen Video auf einem Kanal der FC Bayern gegen KAA Gent. Keine Ahnung von welchem Land, das kommt locker aus Belgien, keine Ahnung. Ja, sozusagen eine, die zweimal hintereinander das Triple geholt hat, also für die Bayern. Und eine Mannschaft, die zum ersten Mal nach mehreren Jahren wieder in der Champions League dabei ist, Markus Rashford. Tricks hier die meisten aus, die meisten gehen auch hart rein. Von KAA Gent. Oder Lava, Ronaldo, Markus Rashford. Rashford setzt sich da super durch, Ronaldo 1, 1, 1, 0. Ronaldo, 8 Minute. Er ist wieder zurück aus seiner Erfolgsspur und jetzt ist er wieder da. Ja, Ronaldo, er hat ein paar Partien keine Tore geschossen, wie er zum Beispiel gegen Köln. Aber was soll man auch da weiteres machen? Koulibaly. Salif. Oder Saif. Keine Ahnung. Robin. Super gemacht. Ronaldo. V-Spiel von Gigot. Das müsste er in die Karte geben. Er war der letzte Mann und er kriegt rot. Mitrovic. Stefan Mitrovic. Kalinic. Kriegt hier die rote Karte für dieses Einsteigen. Lassen wir mal Alava schießen. Alava aus 27 Metern. Kalinic kann es halten. Die Nummer 91. Ronaldo mit der Ecke. Kalinic kann was machen. Rummels. Rubin. Rubin. 2-0. Arjen Rubin. Schöfge niemacht vom Niederländer. Sein erstes Champions-Sieg-Tor. Sieben Minuten später Die Bayern kommen hier schon wieder Kein Foul von Ronaldo Und Ronaldo Kalinic Wieder Ecke Robin Boateng Schade Die Bayern wollen hier Jetzt schon Mehr als zufrieden In die Führung gehen Sie sind ja schon in Führung Aber sie wollen die Führung ausbreiten Sie haben noch mehr Torhunger Goretzka Müller Robin Azare Esti Kubo Vidal Müller Abseits Es geht in andere Igott Vidal Ronaldo Und Rashford Rashford Nicht das Tor Schade Gegen den Pfosten von Markus Rashford Kalinic Robin Mit der Ecke Auf Juro Boateng Achlos Sechs Paraden Hat Kalinic Innerhalb Schon fast Nach einer halben Stunde Erschießen die Bayern Nach 30 Minuten Schon Zwei Gegentore Rückkassiert Kubo Boateng Der Ball ist in Maus Einwurf Bayern Goretzka Wo ist Ronaldo wenn man ihn braucht? Markus Rashford Markus Rashford Rashford 3-0 Nach nicht mehr einer Halbzeit für die Bayern Innerhalb Nach nur 30 Minuten mit 3-0 Kubo Kubo Ronaldo 4-0! Doppelpack! Es ist ein fünftes Champions-Siegtor! Ronaldo ist alles los! Er schießt einfach viele Tore am Anfang in dieser Saison. Es ist ja nicht mal die halbe Saison und Ronaldo hat schon fünf Champions-Siegtore. Elfveter von Boateng! Was macht er? Randspiel! Jérôme Boateng! Kubo! Neuer hält den Elfveter! Und das Glück bleibt bei Manuel Neuer! Vidal! Koetzka! Rashford! Robin! Vidal! Zwei! Nein! Wäre Ronaldo nur mit einem Bein gewesen, wäre das ein Dreierpack! Elkong! Gigot! Saif! Oder wie der heißt! Also Gent hatte schon eine Torchance! Kubo hat sie aber nicht geschafft ins Tor einzubringen! Halbzeit! Es steht 0-4 für die Bayern! Gent hätte sie ein Tor schießen können! Aber nein! Müller will jetzt nochmal schnell ein Tor! Kalinic! Kein ordentlicher Abstoß! Aber zumindest landet er zu seinen Spielern! Goretzka! Müller! Vidal! Ekong! Alaba! Rashford! Gigot! Ekong! Esti! Verstratte! Oder wie der? Foulspiel! Anarion Robben! Gelbe Karte für... Seif! Vidal! Vidal! Rafinha! Kalinic! Fokit! Was für ein Pass! Neuer! Robben! Ronaldo! Robben! Esti! Roretzka! Robben! Müller! Ey Junge! Er schießt doch nicht! Ich will Kopfbeinsatz machen! Er schießt! Moin! Mit einem Bein wäre Ronaldo am Ball! Mit... Also wenn gar kein Verteidiger bei ihm wäre, hätte er höchstwahrscheinlich das Tor geschossen! Ronaldo! 3er-Pack! 5-0! Er kann jubeln ohne Ende! 5 Gegentore kriegt... gegen... 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 Ronaldo ab! Für Moa... Ich finde Salah kommt auch nochmal rein hier! Ronaldo... Ist jetzt die Frage! Ja, weil für nächste Partie brauchen wir ihn ja wieder! Ronaldo mit einem 3er-Pack und... er geht aus dem Spiel! Er geht... raus... für... El Papé! Und Leon Goretzka! Der Ball! Hobels! Kubo! Rafinha! Das war eigentlich sehr sehr schlau gespielt! So ein El Papé! Kann nichts machen! Salah! Bringt die Ecke! Auf Jero Boateng! Auf Jero Boateng! Rafinha! Gelbe Karte! Und... Gent hat jetzt... zwei rote Karten in dieser Champions League bekommen! In einem Spiel! Und das... war gegen die Bayern! Vorteng! Woateng! Kalinic! Zwei rote Karten gegen die Bayern! Was... sollte man eigentlich... nicht... Dieses Spiel ist zwar etwas lustig geraten, aber auch etwas traurig für Gent. F.A.P. Forstin! Das wäre die doppelte Bestrafung für Gent gewesen. Goretzka. Asare, Kalinic. Die 91, Kalinic hat heute fast schon 6 Gegentore bekommen. Mohr. F.A.P. Müller, Kalinic, Mohr 6-0. Ein Schützelfest für die Bayern. Emre Moor, schießt auch nochmal ein Tor. Schops. Äh, P.A.P. Mo Salah. Ein Vorspiel von Matzobels, aber das ist nur gelb. Demütigend für Gent. Kein Tor gegen die Bayern. Sie hatten eine richtige Chance. Die haben sie nicht genutzt. Und Mohr will sie jetzt nochmal bestrafen. Das war nichts. Alaba. Sie wollen jetzt alle nochmal Gent bestrafen. Mohr. Kalinic. Ein Wurf. Goretzka. Vidal. Alaba. Alaba. Äh, P.A.P. 7-0. Gent. Kriegt sieben Gegentore. Das Spiel ist vorbei. Gent verliert sieben Tore. gegen die Bayern. Bayern. Bayern hat einfach schlau gespielt. Und am Ende denken wir auch, dass irgendwie dann, ich denke, weil nach der roten Karte hat man, glaube ich, direkt abgeschaltet man hatte. Ja, der Schiri muss jetzt hier nochmal gucken. Adel. Ja, nach, also, der war letzter Mann. Und er musste grätschen. Das gab rot, aber muss ich jetzt, ja, dafür müsste es eigentlich auch eine rote geben. Weil er wollte ja den Ball, aber ist das jetzt wirklich so gewesen, dass Gent zwei rote Karten bekommen hat? Und nur noch mit neun Platz auf dem Mann, auf, auf, auf dem Spiel waren? Ich glaube, das ist doch einfach nur dumm. Weil du weißt, Bayern ist eine schlaue Mannschaft. Die spielen hier nicht, äh, wenn man in der Champions League spielt, muss man doch schlau spielen. Aber das war heute nicht so. So, ich muss meine Mannschaft einreichen. Äh, gucken, Mustafi hat sich das auch verdient. Äh, Kimmich kann ich noch nicht mitnehmen. Werner kann ich jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Äh, welchen Stürmer können wir denn für den Ersatz mitnehmen? Ich glaube, wir nehmen mal... Wer hat sich das denn so verdient? Eigentlich nicht so viele, ne? Mag gut. Ne, ich nehme jetzt einfach... Soll ich jetzt Stindl nehmen? Ne, komm, wir nehmen... Wir nehmen Werner, äh, raus für... Volland. Äh, wie viel Tore hat der geschossen? Ich glaube nicht so viel, aber egal. So, dann diese Elf. Ja, die ist richtig. Äh, können wir über mein Gehalt sprechen? Ja, Moor... Keine Ahnung, ob ich jetzt... Ich... Keine Ahnung, ob ich jetzt mit ihm auch richtig verlängere. Äh, ich hab mit dem vier Jahre, drei Jahre, neun Monate nochmal Vertrag. Und er möchte ein Jahr nur noch bleiben. Ich glaube irgendwie wichtiger, als er sich das verdient. Der Mehrbeilehens Vertragsentwurf. Hummels, okay. So, ja Leute, das war's mit diesem Video. Liked's Video, teilt's Video und ciao!